Man, Liefers, das muss jetzt langsam echt mal sitzen. Einmal kurz zusammenreißen. Wie sollen wir hier sonst Werbung machen? Also, wann läuft Tatort die Show? Können Sie mir helfen? Ja, letztes Mal jetzt, Liefers. Wir haben das hundertmal durchgekaut. Jeden Sonntag, direkt nach dem Tatort, live, 21.45 Uhr, also viertel vor zehn, auf Facebook und YouTube. Ich habe sogar Fotos in die WhatsApp-Gruppe geschickt. Verzeihen Sie, dass ich Sie nie beachtet habe. Nicht schlimm, aber nur zur Info. Alle anderen haben es gerafft, ne? Die Tschörner, der Schweiger, die beiden Kölner, selbst die Wiener. Und ich glaube, die haben nicht mal Internet. Ich verspreche Ihnen, wenn ich hier lebend rauskomme, dann werde ich ein besserer Mensch. Lebend rauskommen, Liefers. Sie hatten einen Eierlikör. Ich glaube, das schaffen Sie noch. Aber hier, wo wir gerade unter uns sind, und ich sage das wirklich als Fan, ne? Das mit dem Singen... Bleiben Sie doch beim Schauspiel. Läuft doch gar nicht so schlecht. Hm? Was?